Jo, was geht ab Leute? Willkommen zu diesem Vortrag hier. Auf jeden Fall werde ich heute etwas sagen, etwas Wichtiges, denn sollten wir in diesem Jahr, also in den vier Tagen, jetzt noch irgendwie noch sieben Abonnenten schaffen und somit die 50 Abonnenten erreichen, werde ich eine 5€ PaySafe-Karte, Amazon-Karte oder Google Play-Karte verlosen. Das kann sich der Gewinner natürlich raussuchen. Und ja, ich würde sagen, let's get started with the video. Hey Leute, das ist jetzt das Produkt, was ich euch heute vorstellen werde. Und zwar könnt ihr jetzt erstmal raten, ob das echtes Lego ist oder nicht. Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Hashtag ja oder Hashtag nein, falls es Lego ist. Und ich würde sagen, ich löse es auf und zwar, nein, es ist kein Lego. Es ist so etwas, keine Ahnung, wie heißt es? Nanoblock heißt es. Und es ist, wie ihr seht, es sind die Steine sehr klein. Und das ist ein normaler Lego-Stein. Und ich würde sagen, das hier ist einer in Klein-Formation. Also das ist der Unterschied. Dieses eine Ding ist ein Lego sowas, aber darüber kommen wir später. Auf jeden Fall ist dieser Hai jetzt nicht Lego. Aber trotzdem finde ich, er sieht ganz nice aus vom Design her. Auch beim, ja, es auf den ersten Blick sieht es auch ein bisschen aus wie Lego, wenn man nicht weiß, dass es was anderes ist. Ähm, es gibt hier auch, er hat hier auch bewegliche Sachen, zum Beispiel hier die Schwanzflosse. Die kann er bewegen. Auch das Maul kann er bewegen, was ich sehr nice finde. Und hier die beiden Flossen hier kann er auch noch bewegen. Außerdem gibt es hier noch eine Mehrplatte und ein paar transparente Teile hier sind hier dabei. Und den Hai steckt man dann hier drauf. Auf sich finde ich das Ding eigentlich ganz cool, wegen, ja, es sieht einfach richtig cool aus. Und auch wenn es kein Lego ist, feiere ich das auch. Außerdem wird es noch ein, ähm, ja, Rückblick geben an Silvester oder an dem Tag, halt am 31.12.2018. Und dort wird auch der aktivste Abonnent dieses Jahres genannt. Und auch das meistgeklickte Video, das meistgelikte Video. Und ja, bis dann!